So, 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 hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mario World! Oh mein Gott, ich will da oben bleiben, ganz ehrlich. Oh mein Gott, der Let's Play, hat das Level hier angefangen und... Ah! Das war unschön. Ja, das Level wird noch interessant, glaube ich. Was ist das hier eigentlich, wüsste ich es warum? Oh mein Gott, doppelt hohe Wände, ernsthaft? Wow. Oh! Oh! Scheißentrick! Oh, jojojui. Wow, wow. Okay, ich will also hier runter, ja? Na gut. Oh, kein Feld. Also dann, let it rip! Rip, 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 rip! Let it rip, 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 rip! Zack, zack! Vamps! Au! Vamps! Und nochmal, wusch, 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 wusch. So, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir und dir! Wahahahaha! Das war blöd. Zack! 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 Gib mir das! So, du, ne? Kommst raus! Da! Wie mache ich euch eigentlich? Zack! Keinen Plan, wie ich euch mache. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Au! Klappt irgendwie nicht, ne? Ich mache ich den gegen euch. Kackviecher! Ich habe keine, ob ich die Gegner mache, aber gut. Egal. Gib mir mein Geld. So, ich komme von da rechts, okay. Okay, ähm, schon tausend Millionen am Anfang, ist nämlich auch noch links, das ist eine, äh, rechts, nämlich, du scheißzwerg, du nervst, halt die Phrasen, halt sie einfach. Äh, bin schon tausend Sachen übersehen, wie gesagt, aber, ne, das Level ist ja auch weitläufig, ganz ehrlich. Äh, wett. Wo bin ich hier? Wo, 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 wo! Freak war das! Freak? Freak! Wo komme ich jetzt raus? Na, na, was? Zum! Dann halt doch mal den ganzen Schiff! Yeah! Ach, hier ist weiter gar nichts, mach so. Wusch! 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 Gebt dich! Und dann gehen wir da rein, gemeinsam. Zack! Äh! Was? 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 Ich bin doch da mittel durch. Äh? 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 Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Ich weiß es nicht. Hi, Fina. Na? Excellent! Yeah! Oh, das sieht schon wieder nach Spaß aus. Ja. Was? Wie? Was? Hä? Äh? Ach so. Natürlich! 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 ich zu sagen es mir dazu am besten ich sag einfach nichts dazu wie wär's kranky dna anschaft wie vor freunde wie ganz ehrlich nein alter da kommst du dich vorbei was bei dem level gehe ich 30 mal k.o. das kannst du aber wissen wow ist nicht leicht ja ist klar da denkt sich so nen shit aus geht doch weiter der schild geht doch weiter ja das finde ich blöd ich bleibe auf dem großen ganz ehrlich nein 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 jay 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 oh mein gott ihr wird schlecht oh mein gott wir wird schlecht oh gott anshaft wo 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 jay 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 gebe das teil load das um es schad ok weil das ja voll klar ist da oben ist ein schatz wo hatte ich den schwung her wo hatte ich den schwung her ich habe ich hatte auf einmal jetzt drauf ist er nicht mehr feierlich lasst mich entfrieden du kackviech danke das hat das den ausgang bewacht das ding ok nobi typ du kommst genau richtig wo bin ich denn jetzt eigentlich und warum bin ich hier exakt gibt mir dein klo blau thank you so Hass so viel Hass so wie bin ich jetzt da hingekommen was zum geier wow 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 nicht schon wieder nicht schon wieder nicht schon wieder so ich mich jetzt da hoch ne friends das geld finde ich gut euch typen ignoriere ich einfach mal dick ganz gekonnt als haften verschwinde verschwinde das war ein Schatz das habe ich ganz genau gehört war das gerade eine Ocarina of time? ne es war ich dachte es war eine Ocarina was? wusch okay gibt es ganz viele skorpions skorpions wusch geld gibt es natürlich auch das ist schön wow hier gibt es echt viele skorpion was geht hier ab und wo bin ich jetzt eigentlich warum wo geht es da unten ne ich weiß es nicht fragen über fragen äh bin ich jetzt schon wieder bin ich jetzt ganz am anfang jetzt ganz am anfang ne what what wie viele Schätze fehlen uns denn vier okay scheiße na gut dann geht jetzt die heitere Sucherei los nach den Schätzen da oben schon eigentlich komm ich da überhaupt hin das hat sich so gemacht dass man nicht oben hinkommt oh ernsthaft das Level ist schon dezent nervig aha hier haben wir schon mal einen Schatz das hätte ich nicht ganz am anfang übersehen da oben habe ich ein Level übersehen da oben habe ich ein Level übersehen wo bin ich denn da ran mich da oben drauf nein ah rissen nein oh oh slapped nicht zurück in h alone HALT DICH ZUR Pal lieg lieg Você Left moi Aldo spig eeeeee l ролik ��ero leeg הזug nam irgendwie hochkommen ich da hoch dann komme ich da rein das heißt ich muss wahrscheinlich ganz ab ende da noch mal hoch hüpfen muss ich überall suchen ob ich was vergessen habe verdämlich okay hier ist schon mal nix mehr da bin ich doch auch von links gegangen oder das heißt da rechts könnte auch noch was sei hallo lass mich in frieden jawohl hier könnte auch noch was sein moment das war interessant mal wieder ach gott wo habe ich denn was bis sie ganz ehrlich keine ahnung soll ich was gesehen haben halt wie viele goldene dinge vier stück soll lieber sind aha hier haben wir schon mal ein schatz das ist ja schon mal richtig gesehen auch war ein schatz also ein schalter aha die habe ich ein goldenes ding jawohl nice tschüss gegner war schön mit euch da oben haben wir noch da habe ich denn da hoch habe ich den achten nicht gepusht da da habe ich denn da hoch das ist erstaunlich gute frage ne ja oh ich war so so überzeugt dass das nicht der richtige ist ne also ich bin hier hoch die tschüss die tschüss ähm ich will da irgendwie jetzt nach rechts kann ich irgendwie nach rechts wie komme ich nach rechts ich will nicht immer weiter naja hier ist falsch hä du bist ja immer noch so ein vogel oder sowas geben oder ich komme ich dir da hoch au he 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 wie soll ich denn da hochkommen eh also jetzt bin ich überfragt wie soll ich denn da hochkommen he 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 Keine Ahnung Halt, das ist doch viel zu weit links, oder? Ja, da komme ich auch gar nicht mehr links, hä? Also rechts Was? Boah, das Level überfordert mich Was? Wie habt ihr euch das denn gedacht? Moment mal Bin ich doch hier am Anfang, oder? Aha Jawohl, das ist das für ein Anfang, jawohl Okay, haben wir schon mal eins gefunden Ist ja schon mal nett Das war blöd Der Part ist wieder fast vorbei Okay Soll das gehen? Was? Wieso springe ich immer zu auf das Ding drauf? Wie soll das schon wieder gehen? Das ist doch viel zu wenig Schwung Hä? Ich wüsste ja gerade nicht, wie es sonst gehen soll Das kann nur so gehen Das kann nur so gehen Oh! Brech mir fast die Finger dabei! Brauchst auch nicht zu springen Rario ist schon recht Alter Charge doch mal! Ne, ne Charge doch! Du ekelhafter, fetter Typ! Der chargt nicht, ne Der will einfach nicht chargen Jetzt ist er gechargt, nur nicht gesprungen Das geht, das kann auch nicht so gehen Jetzt mal ehrlich Sag mal jetzt mal ehrlich Wie soll das gehen? Wie habt ihr euch denn das gedacht? Das funktioniert doch nicht Keine Ahnung Wie soll das gehen? Jetzt habe ich es doch geschafft! Warum hat es jetzt nicht funktioniert? Ah! Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein Es kann nicht euer Ernst sein Oh Mann, ey Leute Ich beende Part Bis zum nächsten Mal Tschüss!